Moin, guck mal bitte, was ich hier gerade in dem Forellenbach gefunden habe. Ein richtig fetter Hecht. Das nächste groß, bei 60 Zentimeter, aber was eine fette Walze. Das ist nur Fett. Noch nie ein Hecht hier gesehen? Hochschwanger. Oder voll mit Essen. Hochschwanger. Was ich bei dir? Wasst. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020